hallo mein lieben freund und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von virus war ich habe zweimal sogar das geld mitgenommen einmal waren es fünf millionen gewesen mit dem dreifachbonus und einmal waren es jetzt drei millionen gewesen mit dem dreifachbonus ja ihr seht ich kriege jetzt mittlerweile 225 coins pro tick kostet eine halbe million das einkommen zu erhöhen deswegen lassen wir das doch erstmal ich habe eine million gehabt und das war nur bis zum unteren also ziemlich wenig voll gewesen also es hat tatsächlich ein maximum allerdings das maximum sicherlich würde ich mal sagen 48 stunden ja also schon ordentlich wir können so ein bisschen in den coinwert steigern auf level 50 so dann können wir den rest investieren in feuerkraft einmal 60 und einmal ja das ist günstig kraft können wir noch steigern zweimal und die feuerrate können wir noch steigern 150.000 kriege ich pro diamant jetzt natürlich schon ganz ordentlich ihr seht ihr kriegt 225 gottes übel heftig das haben wir hier hatte sechs upgrades schlagen wir hier schau dir einen zwei werbe clips anlass das ist schon wieder neuer taxis ich hab den gestrigen tag verpasst naja max ist egal erhalten 600.000 münzen her damit nehme ich mit wir verbessern die kraft müssen wir uns können wir das nicht verbessern danke sehr oder würde ich sagen machen wir mit level 78 weiter die dürften nicht sonderlich lang durchhalten schüsse sind enorm stark so soll es auch sein deckung leider ist nicht wirklich ersichtlich was deckung bedeutet aber naja so zurückschleiter dann denke ich mal würde ich sagen let's sagen das werde ich habe jetzt sogar schon sechs schuss ja sechs schluss ist glaube ich da 1 2 3 4 6 ich weiß nicht ich sehe es nicht gerade zu schnell der war aber schnell gewesen schlag 500 viren die da ist ja easy sollten wir hinkriegen münzbonus hätte ich ganz gerne aber ohne bitte dass ich sterbe jetzt kommen so viele kleine heute schon mit bonus egal das mehrere gedroppt soll ich muss die ganzen klein mal loswerden jetzt habe ich denke ich ein großes problem wenn die kleinen weiterhin da sind 50.000 leben alter 116.000 gold das war sehr knapp gewesen aber ich habe es gebraucht das war schon wichtig super für den letzten war für den letzten fünf leben habe ich aber schon support bekommen 150.000 münzen schon ganz ordentlich vorher kraft erhöhnen kommen wir brauchen wir gerade nicht erhöhnen ok jetzt wird es halt immer teurer aber es macht nichts ist völlig in ordnung dafür dass ich so viel eigolkriege muss man halt mal ein bisschen mehr rum eideln kann ich halt mal zwei drei tage lang nichts aufnehmen das ist auch nicht so schlimm aber sollte ich einfach mal nichts aufnehmen einfach um ein bisschen mehr Gold zu haben es darf mich dass die kleinen fische einfach so viel leben haben und dass sie sich heilen die ganze zeit buch 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 y buch buch bo Nein, nein, nein. 100.000. Das ist schon einmal schon tot, wa? Hm. 80. Her damit. Her mit der 80. Damit wir nämlich diese Mission noch machen können. So, kam wieder eine Mission erledigt. Schau dir zwei Werbeclips an. Nein, hab ich nicht freiwillig gemacht, aber gut. 11.400. 11.700. 200. 2000. Bisschen den Schaden erhöht, wo man noch mal war. Und los geht's. 280 mit einem Bossgegner wieder mal. Weiß nicht, ob ich die Rakete besser wäre. Ne, ich glaube, die ist schon ganz gut, der Laserstrahl. Der ist schon sehr, sehr nice. Doppelfeierkraft ist das gut. Alle meine Lieblingskills. Dadurch verschwinde ich gehen aber so schnell. Nice. Münzburg ist aber da komme ich gar nicht heran. Da komme ich dran. Oh, Münzburg ist verschwunden. Bedauerlich. Super Waffe. Oh, Tempo. Viel zu viele. Oh mein Gott. Was war das eigentlich gewesen? Ja, sowas. Ja, okay. Können wir vielleicht auch nehmen. Hierfür. Woll 4.200 ist natürlich echt nichts an Damage. Mal probieren es mal damit. Das kann nicht schaden, sowas zu haben, wo die Jena abbouncen. Gerade hier, wenn ich gerade super low range oder Platzmangel hatte. Finde ich die gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Tatsächlich gerade. Jeder Skitter hat sich irgendwo seine Daseinsberechtigung. Na, Sitter. Hilft gut, um die Jena wegzudrücken. Um mir einfach ein bisschen Platz zu geben. Ach. Okay. Sehr praktisch. Sehr, sehr gut. Ich muss das hier unten mal ein bisschen killen. Sehr gut. Wow. Wow. Super close. Ultra close. Ah. Da war eine Lucke gewesen. Nee, doch, die finde ich ganz gut bisher. Den Skill. Komm, wir müssen verstärken. Schlage 500, wir nieder. Kriege ich wieder, kriege ich einen, den ganzen. Tja, auch noch was. Ein Pufferfisch wird größer. Ja, okay. Und das letzte? Ein Stalter. Zerfälte 3 Teile werden besiegt. Na, super eher. So, ich darf hier gar nicht besiegen. Zumindest nicht am Anfang. Sieht doch ein Pferd, Gold kriegt noch mal einen Boost. Ja. 500 Schaden mehr. Immerhin, ne? Wenn wir da schauen, sind wir von der Schaden. Kann schon helfen. Ich finde es ganz gut, dass jeder so ein bisschen in der Ansatzberechtigung hat, also wirklich variabel nutzbar ist. Wie gesagt, ein Cat Blitz würde mir noch mehr gefallen. Leider ist meine Wunsch auch nicht nachgegangen worden. Aber der wird noch kommen. Ich denke, der wird tatsächlich noch kommen. Wir haben ja noch ein paar Wachen zu freischalten. Da ist ja noch viel Luft nach oben. Oh, Tempo. Danke. So, und dann kommt jetzt der Bossgegner. Ein Riesenvirus greift an. Schwächen. Ich hätte ganz gerne den Minzbonus. Danke. Um ein bisschen Feuerkraft mal 2. Mh, lecker. Delicious. Ah ja, da sind sie nämlich. Ich muss die auf jeden Fall einzeln killen hier. Ich darf die nicht killen. Nicht die, die sich in 3 teilen. Wobei das eigentlich völlig Wumpe ist, weil die teilen sich trotzdem. Auch die Kleinen teilen sich. Also die anderen hier. Aber, wir müssen sie gezielt töten. Ja. Ihr kennt das sicherlich. Gezielte Tötungen. Ihr kennt es halt nicht. Ah, nicht geil. Nicht geil, nicht geil. Ultra ungeil. Ich bin einfach mit meinen Kugeln versteckt. Ja, das passt ganz gut. Dürfen sich ja nur nicht zu viel heilen. Oh, die scheinen sich schnell auch. Äh, die lösen sich schnell wieder auf die Kugeln. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Step for step, Leute. Step for step. Step for step. Ah, lass mich nicht sterben. Kugel, hilf mir. Ah. Oh, es muss einfach weniger werden. Es muss einfach weniger werden. Es wird weniger. Oh, es ist ruhig, Alter. Mich voll nervt, wenn ich jetzt sterben würde. Bin schon so weit. Ah, sieht gut aus. Sieht bisher sehr gut aus. Oh, seid ihr ekelhafte Drecksviecher. Huh. Meine Fresse. Start relaxing, ja, das habe ich jetzt echt nötig, ey. Meine Güte. Neue Waffe freigeschalten, nice. Ja, damit. Ein bisschen Kraft erhöhen. Sieh unter uns war, kann man ein bisschen Kraft mehr erhöhen. Okay, hab kein Gold mehr. Wir machen mal die 81. Gucken wir uns mal an. Was das macht, was das macht. Kettenblitz. Uh. Kleine Ads. Die wieder zu mir zurückfliegen. Und dann scheinbar erstmal eine kleine Reefersparte brauchen. Ja. Ja. Nein, der grüne ist immer noch besser. Ne, kann ich gerade nicht. Kann ich gar nichts mehr anfangen. Wir mögen gegen einzelne Gegner gut sein, aber nicht gegen die massen Gegner. So, wir brauchen den da. So, wir machen mal das hier. Was haben wir hier? Keine Ahnung, ich drüge mal drauf. Ach, ein Time-Modus. Wie lange ich überlebe. Ding, du, 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 oh. Das war unerwartet. Ich will langsam mich halt auch voll widerlich. Ich hätte einen Laser hier mitnehmen sollen wahrscheinlich. Wobei der grüne, wow, mir ein bisschen Platz gibt. Dachte ich, oh, 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 my God, gecheatet. 70,8 Sekunden habe ich überlebt. Kriege ich dafür was? Nö, nichts oder wie? Dann kannst du ja auch sonst wo hinstecken, den Modus. Dann brauche ich den noch nicht. Ja, hier muss ich auf jeden Fall den jetzt investieren. Wow, okay, heftig. Wir sind bei 14 Minuten. Okay, dann würde ich sagen, an der Stelle mal ganz kurz eine Pause, meine Freunde. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Virus War. Wir machen mal ein paar Level. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.